Hey Leute, willkommen zu meinem neuen... Ah, Moment mal, das ist ja gar nicht Procreate. Wir werden nämlich heute Adobe Fresco machen, ja? Und zwar was ganz Besonderes. Ich werde euch jetzt nicht die komplette App vorstellen, sondern ich zeige euch, wie ihr so einen tollen Emoji-Pinsel machen könnt. Der Wunsch kam in meiner Facebook-Gruppe auf. Da hatte jemand das irgendwo im Internet gesehen und gefragt, wie kann man das denn machen? Und ich war natürlich neugierig, hab ein bisschen recherchiert, hab's rausgefunden. Ihr könnt nicht nur Emoji-Pinsel machen, sondern mit jeder beliebigen Form so eine coole Sache machen. Das zeige ich euch heute. Und Leute, bevor es losgeht, noch mal meine Bitte, wenn ihr mich supporten wollt, schreibt einen Kommentar in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Viel Spaß! Wir müssen uns Adobe Fresco erstmal runterladen. Gibt's im App-Store, auch kostenfrei. Ich weiß nicht so genau, wie das mit diesem Preismodell ist. Ich musste jedenfalls nichts bezahlen, auch kein Abo abschließen. Keine Ahnung, vielleicht kommt nach einem halben Jahr die Meldung, dass man es doch bezahlen muss. Aber für den Anfang ist es auf jeden Fall umsonst. Dann werde ich mir die App mal öffnen. Ach, ist der nicht süß? Dazu habe ich übrigens mal ein Tutorial gemacht. Das verlinke ich euch oben rechts. Könnt ihr euch mal angucken. Also Adobe Fresco, das ist jetzt hier so die Startseite. Die seht ihr, wenn ihr diese App geöffnet habt. Da seid ihr hier in diesem Home-Bereich. Jetzt könnt ihr hier ein neues Dokument anlegen. Ich wähle mir da jetzt einfach mal die aktuelle Bildschirmgröße aus. Dann wird euer kompletter Bildschirm befüllt. Ähnlich wie bei Procreate, Bildschirmgröße. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Links von eurer Leinwand seht ihr die ganzen Pinsel und Tools, die ihr so benutzen könnt. Hier gibt es verschiedene Pinsel-Tools, weil Adobe Fresco Pinsel auch schon mal zusammenfasst thematisch. Geht einfach auf das erste Pinsel-Icon und dann hier unten auf Standard. Da gibt es dann einen Pinsel, das ist der Rundhart. Der eignet sich meiner Meinung nach am besten für diese ganze Emoji-Sache. Jetzt müssen wir für den Pinsel das Emoji ja erstmal in die Leinwand bekommen. Und da sucht einfach im Internet nach einem Emoji, was euch besonders gut gefällt. Achtet darauf, dass der Hintergrund transparent ist. Das heißt, es muss ein PNG sein mit einem transparenten Hintergrund. Und für das heutige Video werde ich diese tolle Sonnenblume nehmen, weil die hat einen ganz tollen Effekt. Wenn ihr euer Emoji habt, dann tippt in Adobe Fresco hier auf dieses Bild-Icon, geht dann auf Fotos und jetzt könnt ihr hier das Emoji Bild whatever einfach antippen. und dann wird es in Adobe Fresco importiert. Da ist jetzt auch schon die wunderschöne Sonnenblume. Tippt jetzt oben rechts einfach auf Fertig und dann ist die Sonnenblume am Start. Um uns jetzt den Pinsel vorzubereiten, müsst ihr hier diese Hintergrundebene transparent machen. Das ist wie im Procreate die Hintergrundebene, die standardmäßig er weiß. Tippt die also an, geht dann hier rechts auf dieses Auge, damit die quasi transparent gesetzt wird und ihr im Hintergrund eben diese transparenten Kästchen habt. Jetzt passiert die Magic, geht hier links auf diese Pipette drauf und wählt hier unten dieses Multikolor-Symbol aus, was so aussieht wie dieser transparente Hintergrund. Das ist ganz wichtig, tippt das also an und jetzt ist hier quasi so eine Linse mit diesem Fadenkreuz in der Mitte. Und ihr müsst jetzt die Sonnenblume oder welches Emoji auch immer nehmt, quetschen und zwar mit Daumen und Mittelfinger. Das geht wie im Procreate, da könnt ihr die Leinwand dann auch verkleinern, so dass diese Sonnenblume komplett in dieser Linse drin ist. Mit eurem Apple Pencil könnt ihr die Linse auch noch ein bisschen fein justieren und es ist schon wichtig, dass die Sonnenblume da komplett drin ist, weil ihr die ja auch nachher komplett in eurem Pinsel haben wollt. Also macht das ganz akkurat, dann werdet ihr nachher mehr Spaß mit eurem Pinsel haben. Wenn ihr damit fertig seid, dann geht wieder oben links auf eure Pinsel, da müsst ihr nochmal drauf tippen und eben diesen runden, harten Pinsel zum Beispiel auswählen. Und wenn ihr jetzt mal hier unten links guckt bei der Farbauswahl, da seht ihr jetzt hier schon die Sonnenblume. Also die Sonnenblume ist jetzt die Farbe und Form von eurem Pinsel. Ich zoome jetzt die Leinwand wieder ein bisschen ran, mache die also größer, damit ich da auch gleich schön üben kann mit meinem tollen neuen Pinsel. Zum Beispiel eine neue Ebene oben drüber auf über dieser Sonnenblume, also tippt einfach hier rechts auf dieses Plus, dann ist eine neue Ebene oben drüber. Die Sonnenblume an sich tippe ich mir jetzt mal weg, weil die brauche ich nicht mehr, die war ja nur eine Formatvorlage, also hier auch auf dieses Auge tippen. Und damit es schöner aussieht, tippe ich mir den Hintergrund jetzt wieder hin, also nochmal auf das Auge und jetzt habt ihr eine schöne weiße Leinwand. Okay, mal gucken, ob es funktioniert hat. Ich tippe erstmal drauf, ah, sehr schön, da ist schon die Sonnenblume, noch eine, noch eine. Und mit zwei Fingern könnt ihr aufs Display tippen, wie bei Procreate, dann könnt ihr die letzten Schritte rückgängig machen. Und jetzt gucke ich mal, wie der Pinsel so cremig performt. Wow, das fände ich ja schon mal richtig toll. Gefällt mir super, super gut. Hier links unten könnt ihr jetzt auch noch Einstellungen bei eurem Pinsel vornehmen. Tippt da einfach mal drauf. Und jetzt gibt es hier zum Beispiel die Härte. Die ist jetzt auf 100 Prozent, das heißt, dass die Kanten von der Form auch besonders gut rauskommen. Da könnt ihr jetzt nochmal ein bisschen rumprobieren, ein bisschen variieren. Setzt die Härte mal nach unten und guckt mal, was passiert. Wenn ihr das jetzt runtersetzt, seht ihr oben in dem Vorschaubild auch schon, dass es cremiger wird. Das probiere ich mir jetzt mal aus, indem ich jetzt hier erstmal wieder mit zwei Fingern drauf tippe. Ja, und hier seht ihr jetzt schon, also die Kanten sind ein bisschen smoother. Das ist natürlich Geschmackssache. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Neben der Härte gibt es hier jetzt auch noch den Abstand. Ihr guckt mal oben in dem Vorschauffenster, was passiert. Wenn ich den nach rechts setze, haben wir im Endeffekt dann einzelne Blumen oder halt eben Blumen enger zusammen, was sich natürlich auch auf eurem Pinsel auswirkt. Super interessant finde ich unten den Winkel. Damit könnt ihr nämlich den Winkel von eurer Sonnenblume verändern. Wenn ihr mal oben auf das Vorschaubild achtet, also die Sonnenblume wird dadurch quasi gedreht. Das hat natürlich später auch Auswirkungen auf euren Pinsel. Je nachdem, welchen Winkel ihr ausgewählt habt, wird die eine oder die andere Farbe eben mehr sichtbar. Also in dem Fall mehr das Grün oder mehr das Gelb. Und ja, da kann man sich auch tot probieren. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Formen machen für diesen Pinsel. Das Ganze mache ich mir aber im Prograde. Ich denke, das kommt euch auch sehr entgegen, weil wir natürlich alle die App kennen. Tippt ihr einfach auf das Plus und jetzt macht ihr auch eine quadratische Leinwand, wie ihr das ja auch bei Prograde macht, wenn ihr da zum Beispiel einen neuen Pinsel oder sowas macht. Und jetzt will ich mir so einen Pinsel machen, der aus symmetrischen Kreisen besteht. Das sieht echt cool aus. Müssen wir uns erstmal die Symmetrie aktivieren. Also geht ihr auf den Schraubschlüssel, dann auf die Leinwand, auf die Zeichenhilfe. Zeichenhilfe, die aktiviert ihr hier durch diesen Schieberegler. Tippt dann auf Bearbeiten Zeichenhilfe. Und hier unten rechts geht ihr dann auf die Symmetrie. Da gibt es dann nochmal den Button Optionen. Tippt da drauf und wählt da Radial aus. Tippt jetzt oben rechts auf Fertig. Und jetzt sieht man diese radialen Linien nicht. Das können wir aber ändern. Und zwar geht nochmal in die Zeichenhilfe rein. Jetzt seht ihr hier oben dieses Farbschema. Und jetzt könnt ihr diesen Schieberegler verschieben. Ich hatte eben weiße Linien aktiviert, weil ich vorher mal was in der schwarzen Leinwand gemacht habe. Das schiebe ich jetzt ganz nach links. Tippt dann auf Fertig. Und jetzt sieht man auch die radialen Linien. Ich mache mir jetzt hier einfach mal so ein paar Kreise hin. Da muss man jetzt darauf achten, dass der Abstand zwischen den Kreisen möglichst gleich ist. Hier ist es jetzt leider nicht der Fall. Hier ist es ein bisschen breiter. Links ist es ein bisschen schmaler. Wobei das natürlich auch Geschmackssache ist. Das hat immer Auswirkungen dann nachher auf euren Pinsel. Ich versuche es jetzt nochmal, um das Ganze irgendwie ein bisschen gleichmäßiger zu machen. Und ja, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Jetzt will ich mir die Kreise natürlich farblich auch befüllen. Das machen wir folgendermaßen. Zwar fügen wir uns jetzt eine neue Ebene über diesen Kreisen ein. Und setzen die Ebene mit den Kreisen auf Referenz. Und jetzt können wir oben in die Ebene einfach Farben rein droppen, in die Kreise rein. Und dann haben wir nachher schöne farbige Kreise ohne diese schwarzen Linien drumherum. Die Palette ziehe ich mir jetzt in die Leinwand. Das ist auch ein cooler Tipp. Ich habe da mal ein Video zu gemacht, Procreate Top Hacks. Da gibt es das. Verlinke ich euch oben rechts. Und jetzt droppe ich mir hier so ein paar Farben rein, die ich halt eben gerne hätte. Kunterbunt. So, dass ich dann nachher einen tollen bunten Pinsel habe. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt will ich natürlich nicht die schwarzen Linien haben. Also tippe ich die mir hier einfach weg, sodass die gar nicht erst auftauchen. Und jetzt wäre es natürlich auch super, super schön, wenn wir ein bisschen Schatten noch hätten in diesen Kreisen. Also mache ich mir eine neue Ebene oben drüber auf, setze die auf Clipping Maske, wähle mir dann eine schwarze Farbe aus. Und unter Pinsel nehme ich mir jetzt den weichen Pinsel. Den findet ihr unter Airbrush. Den stelle ich mir jetzt so auf, ich muss mal gerade gucken, ja, das habe ich da so 7%. Und jetzt geht ihr einfach von innen hier so her. Das heißt, ihr habt nachher dann bei dem Pinsel schon so einen kleinen Schatten-Effekt drin. Und da auch immer mein Tipp, je nachdem, wie ihr den Schatten halt um den Kreis herum macht, desto krasser wirkt sich dann nachher das auf euren Pinsel aus. Könnt ihr ja mal ein bisschen rumprobieren, was euch da am besten gefällt. Damit das jetzt nicht so krass schwarz ist, setze ich die Deckkraft dieser Schattenebene runter. Ich tippe die also an, gehe hier auf das N. Jetzt sind Schieberegler so ein bisschen nach links, dass es halt eben, ja, ich sage mal ein angedeuteter Schatten ist, der jetzt aber nicht so komplett schwarz ist. Bevor wir das Bild exportieren, müssen wir hier die Hintergrundfarbe weg tippen, sodass wir ein transparentes Bild haben. Das exportieren wir uns dann als PNG, um es dann gleich in Adobe Fresco zu importieren. Das machen wir genau, wie wir das eben mit dem Emoji gemacht haben. Also auf das Kamerasymbol gehen, dann auf Fotos, dann wählen wir uns hier unsere tolle Kreisfotoform aus. Geht wieder auf die Pipette, dann hier unten auf dieses Multikolorsymbol und jetzt quetscht ihr hier eure Form wieder in diese Linse rein, sodass die bunten Kreise komplett in der Linse drin sind. So, jetzt gehe ich hier oben links wieder auf den Pinsel. Hier links sieht man schon, dass die Farbe ausgewählt ist und jetzt könnt ihr euch hier schön farblich austoben. Finde ich echt super, super cool. Das macht auch richtig süchtig. Ich habe schon so viele Formen durchprobiert, ich kann es euch sagen. Müsst ihr natürlich darauf achten, wie ihr diese Kreise macht, ob ihr ein bisschen mehr Platz zwischen den Linien haben wollt oder nicht. Achso, hier kann man übrigens auch die Größe des Pinsels verändern. Ich mache den jetzt mal einen Ticken kleiner und habe den natürlich eine dünnere Linie. Sieht auch nett aus, so ein bisschen Spaghetti-mäßig. Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte es euch gut erklären, wie man diese coolen Pinsel in Adobe Fresco macht. Schreibt mir doch bitte ein ehrliches Feedback in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wenn ich mehr Apps testen soll, dann lasst es mich auch wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.